Digi, wo ist denn mein fucking Friseur? Laut Google Maps muss ich hier irgendwo in irgendeine scheiß Gasse hinein, aber ich bin hier irgendwo im Nirgendwo, verdammte Scheiße. Okay, doch nicht in irgendeiner Seitengasse, doch, also doch in einer Seitengasse, aber nicht in der Seitengasse, in der ich war, sondern hier angeblich die Straße hinauf. Oh ja, ja, da steht was vom Namen Lantan. Das müsste es sein. Ja, nicht ins Auto reinrennen, aber schauen wir mal. Dann mache ich jetzt die Kamera mal aus. Oh, ja. Ich hab ja. Oh, ja, ja. Zu gut. Ou geht's? Oh, das ist richtig? Oh, das ist richtig. Oh, ja. So lag ich jetzt mal. Ah, ich habe ein Bild, ja. Oh, ich habe ein Bild, ja. Oh, okay. Ich liebe es. Ich liebe es. Was ist Japan's Favourite? Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, soba. Soba. Ich liebe es. Es ist sehr schön. Es ist ein Sushi. Es ist ein Sushi. Danke. Danke. Wo sind Sie jetzt? Auf der Bühne. 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 Ich bin schon seit 6 Jahren in Japan. Ich bin sehr froh in Japan. Ich bin sehr froh in Japan. Aber ich bin sehr froh. Was ist denn in Deutschland gekommen? In Japan gekommen? Wie war ich in Japan gekommen? Warum kamen? Was? 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 Warum kamen? Warum kamen? Warum kamen? Warum kamen? Ich habe Japan zu sprechen. Ich habe Japan zu sprechen. Ich bin froh. Wie alt sind Sie? Ich bin 23. Oh, ist das gleich? Two, three, three, three Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, danke. Ja, gut, gut. Sehr gut. Japan ist sehr schwierig, aber es ist sehr schön. Es ist nur so schön? Es ist eine neue Herausforderung. Hast du Japan auch noch erlebt? Hast du auch noch erlebt? Äh, was du mit dem anderen Karten? Ah, ja. Japan ist nicht. Nein. Ich bin in Japan. Ich bin mit meinem Freund, fünf Jahre alt. Das ist ein Profesionaler Tanz. Oh! Oh, Alex. Der Mann ist Alex. Der Mann. Pro-Dance. Ist das? Ist das? Ist das? Ist das gut. Ist das gut? Ist das gut? Puh. 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 Pohstlein. Puh. Schnitzel. Schnitzel? 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 Oh, danke. Schnitzel? Oh, FRAI? FRAI. Der Bord, der Bord. Der Bord ist so schön. Wow, das ist so schön. Der Bord und Bord? Der Bord nicht. Der Bord ist okay. Der Bord und Bord. Der Bord ist sehr gut. Ihr könnt es nicht essen. Nein, ich habe ein Restaurant. Ein Restaurant ist nicht. Nein, nein. Nein. Österreicher Essen ist sehr viel zu essen. Es ist viel zu essen. Ja. Und auch Pannen. Pannen. Nein, Pannen. Nein, Pannen. 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 Wir sprechen Kongrund. Aber es sind noch ein paar kleine R県. on ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Vielen Dank. Nein. Nein, nein. Meine Frau. Hallo. Konnichiwa. Konnichiwa. Nandatke? Cool. Nice guy. Ikemen. Ichkemen. 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 Nice guy. Ichkemen. Ichkemen. Also ichkemen. Dann haben wir die Leidmakten. Wie geht es? Denken Sie zu haben, aber ich habe es einen Aufenthalt. Deshalb machen wir es. Das hat sich ausgesucht. Eine Frau. Was ich mit dem Kopf ablassen? Ich gehe mit dem Kopf ab. Nein, ich kann nicht. Ich bin下手. Ich liebe es. Oh, ja. Es ist schnell. Ich bin in die Manky und in die Manky. Ja, ich bin in die Manky. Oh, das ist eine Manky. In Österreich gibt es auch eine Manky? Nein, nein. In Österreich gibt es keine Manky. Oh, das ist keine Manky. In dem Mario ist der Kante oft ein. Was ist der Kante wichtig für Ihre Kante? Ja, ja! Okay, danke. Thank you. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Danke. Danke! Ich liebe dich! Danke! 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 Ich sollte vielleicht auch ins Mikro sprechen. Ich muss sagen, Leute. Seiten auf Kontostand. Genau mein Geschmack. Die Haare wachsen oben weiter, so wie ich es haben möchte. Weil das war eigentlich meine größte Angst am Anfang. Dass die Haare... Weil ich möchte mir meine Haare raus wachsen lassen. Ne? Und meine größte Angst war, dass mir oben irgendwelche Haare weggeschnippelt werden. Aber er hat meine Haare oben nicht angefasst. Auf der Seite schön kurz gemacht. Also passt alles, würde ich sagen. Jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich nicht überfahren werde. Aber... Ja. Seiten sind schön kurz. Definierte Linie. Oben ist lang geblieben. Alles, was ich wollte. Schaut gut aus, sage ich mal. Noch ein bisschen ungewohnt. Aber... Digi, bei welchem Haarschnitt ist das nicht, wenn man das erste Mal nach drei Monaten wieder Haare schneiden geht? Ach... Geile Scheiße. Gefällt mir. Auf jeden Fall, Leute. Ich werde das Beste für euch zusammenschneiden. War ein richtig, richtig geiler Haarschnittsession. Also... Hat mich übel gebockt. Dafür würde ich auch auf jeden Fall wieder herfahren. Am Ende des Tages habe ich 4.400 Yen gezahlt. Das sind so 35 Euro First Time Discount. Gab es auch dazu. Also voll und ganz okay. Und ich würde sagen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf den Abo-Button. Werdet Teil der Gaijin Gang. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video.